Das WB-Gespräch vom Willisauer Bot wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar-Generalagentur Willisau-Entli-Buch, der Reifisenbanken aus der Region und der GUT AG Gebäudetechnik. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch vom Monat Mai. Mein heutiger Gast ist in Etiswil aufgewachsen, langjähriger Fussballprofi Christian Schwegler. Er hat erst gerade am Pfingstmeendtag zusammen mit den Teamkollegen vom FC Luzern das erste Mal seit 1992 den GÖPS-Sieg geholt. Ja, Christian Schwegler, rückblickend, was ist strenger gewesen? Die 90 Minuten auf der Berner Kunststrasse gegen FC St. Gallen oder anschliessend den Marathon im Feiern? Ja, ich habe am nächsten Tag beides gespürt in den Knochen. Nein, es ist schon ein hartes Stück Arbeit gewesen auf dem Platz natürlich. Es ist aber nur 90 Minuten gegangen und der Marathon nachher ist definitiv noch ein bisschen länger gegangen. Und darum habe ich von beiden ein bisschen nachgewirr gehabt am Dienstag. Es ist ja in mehrerlei Hinsicht ein spezielles KÖPS-Final gesehen. Einerseits wie die ganze Saison fast keine Zuschauer. Die ersten Feierlichkeiten sind deshalb relativ im kleinen Rahmen stattfinden. Nachher aber in Luzern. 10'000 Leute, die die Mannschaft empfangen haben. Was ist Ihnen abgegangen, als Sie das gesehen haben? Was ist da für Neu-Vori-Jummen in Luzern? Ja, das ist grossartig. Wir haben es ja dann schon in Bern mitbekommen, dass wirklich in Luzern einiges los ist. Wir haben uns aber trotzdem noch Zeit genommen, um in Bern für uns ein bisschen zu feiern. Das ist auch wirklich ganz schön, wenn du zuerst einmal in deinem eigenen Kreis, in der Mannschaft, den Moment geniessen kannst. Und dann haben wir uns aber natürlich schon gefreut, dass wir Fans erleben dürfen, live vor Ort. Was nicht selbstverständlich ist in der Situation, in der wir stecken. Und trotzdem glaube ich, ist es einfach ein Moment, wo wir alle haben müssen mit den Fans teilen. Sie haben es angesprochen. Die Festivitäten, die Riesenansammlung von Leuten in diesen Pandemiezeiten. Das ist auf Kritik gestossen. Haben Sie Verständnis für die Kritik? Natürlich habe ich Verständnis für die Kritik. Es ist sicher nicht optimal, wie alles verlaufen ist. Und trotzdem muss man auch sagen, man hätte es ja irgendwo durch müssen kanalisieren. Sonst wäre das vielleicht noch ganz anders in eine Richtung ausgerudert, wo es wahrscheinlich dann noch wirklich ungesund geworden wäre. Wir Spieler sind zum Teil auch nicht die besten Beispiele gesehen, ohne Masken auf dem Balkon oben gesehen worden. Und trotzdem ist es halt einfach ein Moment, wo die Emotionen fliessen, wo man nicht alles kontrollieren kann. Und ich glaube, man muss einfach auch ein gewisses Verständnis aufbringen für die Emotionen, die jetzt einfach mal rausgelassen haben müssen. Und wo einfach jeder Mensch hat diesen Moment geniessen mit uns und mit der ganzen Mannschaft. Für Sie ist es natürlich wegen dem Köpfeil ganz speziell gewesen, aber das Köpfeil ist ja zusätzlich, kann man sagen, noch das allerletzte Spiel gewesen von Ihrer Profikarriere. Sie haben schon gerade noch ein Match mehrmals gesagt, das ist irgendwie ein Hollywood-mässiger Abgang. Jetzt mit ein paar Tagen Distanz. Kommen Sie sich immer noch vor wie in einem Film? Nein, nicht vor wie in einem Film, aber es ist wie ein Film. Es ist, wie ich es selber schon wirklich noch ein Match mehrmals erwähnt habe. Es ist grossartig, wenn man so aufhören kann. Der FCL war mein Herzensverein. Als kleiner Junge konnte ich dort meine ersten Schritte im Profifussball machen. Ich bin dann wieder zurückgekommen. In Bern durfte den Abschluss feiern, den ich auch dreieinhalb Jahre verbracht habe. Gegen St. Gallen, wo ich mein erstes Profispiel gemacht habe. Wie du siehst, da kommt sehr vieles zusammen. Es hat einfach gepasst, dass wir jetzt mit der Krönung noch nach 29 Jahren endlich einen Titel auf Luzern holen können. Genau, dieser Titel. Es ist erst, kann man so sagen, der vierte in der 120-jährigen Geschichte des FC Luzern. Die Spieler und alle Beteiligten haben sich einen Platz gesichert in den Geschichtsbüchern des Vereins. Von dem kann man ausgehen. Sie waren der Käpt'n dieser Köp-Sieger-Mannschaft. Vielleicht auch abseits des Rasens. Was zeichnet das Team aus? Ja, das ist schwierig zu sagen. Es ist wirklich eine Mischung, die in dieser Mannschaft war jetzt seit dem ganzen Jahr. Aus junger, aus Erfahrung, aus kreativen Spieler, aus schnellen Spieler. Remo Mayer hat da wirklich eine sehr gute Mannschaft zusammengestellt, wo wirklich ein Mix daraus entstanden ist. Je länger die Saison gegangen ist, konnten wir wirklich richtig zusammenstellen. Und das kann man dann natürlich mit der Krönung und dem Titel so abschliessen. Ja, ich glaube, es ist auch verdient, wenn man den Match angeschaut hat. Man muss im Köp fünf Matches gewinnen. Das ist ein relativ neuer Weg für einen Titel. Aber man muss sie zum ersten Mal gewinnen. Und die Mannschaft hat wirklich von allem irgendetwas gehabt. Und darum, glaube ich, hat es dann schlussendlich auch gelangt für den Köp-Sieg. Jetzt habe ich es schon gesagt, Ihre Karriere ist zu Ende gegangen, am Pfingstmänner quasi mit dem Schlusspfiff. Neben all den Festlichkeiten, die jetzt gewesen sind, dieser Neuphorie, dieser Freude, ist schon angekommen, dass das Kapitel, das wichtige Kapitel in Ihrem Leben, zu Ende ist. Noch nicht wirklich. Ich glaube, Beni Huckel hat es nach einem Match im Schweizer Fernsehen auch richtig gesagt. Es kommt wahrscheinlich erst, wenn die neue Saison wieder losgeht, wenn die Spiele wieder stattfinden und du merkst, hey, ich bin gar kein Teil mehr davon. Gerade jetzt haben die Spieler ja auch alle Ferien. Also es ist eigentlich momentan noch eine normale Situation. Und ich denke, das Gefühl wird erst später kommen, dass du wirklich nicht mehr Teil davon bist. Aber ich habe den Entscheid ja bewusst gefehlt und es war ein Prozess gewesen. Es war nicht ein Moment, in dem ich vor die Wahl gestellt worden bin, sondern ich habe mit meiner Familie zusammen entschieden, dass ich im Sommer aufhören werde. Ich durfte wirklich ein paar Jahre auf hohem Niveau spielen, aber auch eine Menge Verletzungen dabei gehabt. Und jetzt bin ich gesund aus dieser Saison rausgekommen, das ist mir sehr wichtig gewesen. Und mit einem Köp-Sieg, ich glaube, nur so kann man aufhören. Ja, schauen wir noch zurück auf Ihre längere und erfolgreiche Karriere. Nach der ersten Zeit eben beim FC Luzern sind Sie zu Bielefeld, dann bei IB gesehen und nachher eigentlich die erfolgreiche Zeit bei Red Bull Salzburg. Sechsmal österreichischer Meister, fünftmal Cup-Sieger. Jetzt eben, wo die Karriere fertig ist, sind das genau die grossen sportlichen Erfolge, die schlussendlich am längsten und am tiefsten als Erinnerungen bleiben? Oder gibt es da ganz andere Sachen, die Sie von Ihrer Karriere im Profis Fussball mitnehmen? Nein, wenn die Titel gewonnen hast, ist es schon das, das auf Ewigkeit bleibt. Ich glaube, jeder Sportler will irgendetwas gewinnen und irgendetwas in der Hand haben am Schluss. Und darum ist für mich schon der erste Titel mit Salzburg sehr speziell gewesen, weil es einfach der erste ist gewesen. Und jetzt der letzte mit Luzern, weil es ist zu Hause, zu Hause, wo ich wahrscheinlich bis ans Lebensende meine Zeit verbringen werde. und dass man hier noch hätte irgendwo einen Stempel markieren können, das ist schon wunderschön. Und das bleibt sicher bis ans Lebensende. Wie es im Sport normal ist, gibt es aber nicht nur die schönen, aufregenden Momente, sondern auch Enttäuschungen, Verletzungen, die Sie angesprochen haben. Beispielsweise haben Sie den Sprung in eine ganz grosse europäische Liga nie geschafft, mit Salzburg mehrmals die Champions League nicht erreicht, auch für ein Länderspiel, beispielsweise in der A-Nationalmannschaft, hat es nicht gelegen. Gibt es irgendwie Sachen, wo Sie vielleicht während der Karriere schon ein bisschen nachgetraut haben oder auch heute sagen, äh, schade? Nein, nachgetraut definitiv nicht. Ich bin schlussendlich wirklich mit dem Tag heute zufrieden, was ich erreicht habe, was ich kann dürfen erleben, viele schöne Momente Natürlich gibt es gewisse Sachen, wie Sie jetzt erwähnt haben, das ist nicht in Erfüllung gegangen, sei es ein Länderspiel für die Schweiz oder die Champions League mit Salzburg, was wirklich auch hätte müssen dürfen sein. Das haben wir nicht geschafft. Den Sprung in eine europäische Liga, in eine höchere, hätte ich einig, zweimal die Möglichkeit gehabt, habe dann aber bewusst mich für Salzburg entschieden, auch dort zu bleiben. Und unter dem Strich bin ich dankbar für das, was ich erreicht habe, für das, was ich auch erleben durfte. Und ich glaube, jetzt, wirklich jetzt mit dem Cubs eingehen und dem Titel in der Schweiz kann ich einfach rundum zufrieden sein. Aber Sie können rundum zufrieden sein, trotzdem nehmen es mich noch Wunder, den Umgang eben in dem schnelllebigen Fussballgeschäft, den Umgang mit Misserfolg oder Enttäuschungen, wie haben Sie den Bewerkstellungen und hat sich der Umgang mit Misserfolg im Verlauf der Karriere vielleicht auch mit der Erfahrung verändert? Ja, ich glaube, jeder Mensch lernt dazu, jeden Tag, und das ist als Fussballer nicht anders. Man lernt mit Niederlagen umgehen, mit Rückschlägen, mit Verletzungen. Ich habe auch einige Verletzungen gehabt, und man lernt von Verletzung zur Verletzung immer wie besser damit umzugehen. Ja, es ist im Fussball wirklich ein Herzgeschäft, wo du wirklich, du musst jeden Tag, jede Woche dich beweisen, natürlich muss man das allgemein im Leben, aber man steht schon unter gewissigem Druck, öffentlichem Druck. und das musst du lernen, damit umzugehen, weil sonst wirst du brechen, sonst wirst du es nicht schaffen. Und das ist wirklich entscheidend. Ich denke, die heutige Generation ist natürlich ein bisschen anders, sind ein bisschen lockerer getroffen mit den ganzen Social Media und so. Sind wir da in eine andere Welt reinkommen, ist auch gut. Und trotzdem glaube ich, gerade bis man mal einen ersten Titel gewonnen hat, so habe ich das Gefühl, als Sportler hat man noch viel grösseren Druck, weil man will irgendetwas gewinnen. Und sobald man das geschafft hat, lernt man auch mit dem positiven Druck dann ein bisschen umzugehen und kann die Momente noch mehr geniessen. Sie haben den Erfolgsdruck auch von der Öffentlichkeit, quasi auch die Beobachtung von der Öffentlichkeit. Man hat das Gefühl, heute wird jeder Schritt und Tritt von diesen Profifussballern beobachtet und kritisch beurteilt. Sie haben vor 20 Jahren, fast 20 Jahre, Ihre Profikarriere gestartet. Ist es heute mühsamer, Fussball als Profi sein, als er vielleicht vor 20 oder noch länger zurück? Nein, ich glaube nicht. Es ist eine andere Epoche, aber schlussendlich muss man ja nicht alles für sich preisgeben. Das ist auch heute noch möglich. Das hat man auch selbst in den eigenen Händen. Ehm, natürlich, früher konnte man mal in den Ausgang und über die Stränge schlafen, ohne dass irgendjemand mit der Handykamera das Foto gemacht hat. Das ist heute wahrscheinlich eher nicht möglich. Ich weiss es nicht, ich bin nicht mehr so in dieser Szene unterwegs. Bei mir haben sich Prioritäten auch verlagert. Aber ich glaube nicht, dass es schwieriger ist oder einfacher ist. schlussendlich musst du am Wochenende liefern und das ist das, was zählt. Wollen wir noch einen Blick in die Zukunft? Der FC Luzern hat das schon vor einer Zeit kommuniziert, dass sie im Fussball und im Verein als Nachwuchstrainer erhalten bleiben. Gleichzeitig nehmen sie neue Herausforderungen in der Privatwirtschaft an. Sachbearbeiter Rechnungswesen habe ich noch immer gelesen. Was fasziniert Sie oder warum gerade diese Branche? Ja, ich bin immer ein bisschen ein Zahlenfreak gewesen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das KV gemacht. Dort ist mir das Fach Rechnungswesen schon relativ gut von der Hand gegangen. Und es ist nicht ganz korrekt, Rechnungswesen ist eigentlich wirklich treuhand. ich werde in Surse bei der BDO die ersten Schritte machen dürfen. Und bin dankbar, dass ich die Möglichkeit bekomme, mich in ein neues Gebiet zu begeben. Was ich auch noch nicht genau weiss, ist es dann wirklich für mich geschaffen oder nicht. Aber ich hatte immer das Gefühl, in diese Richtung könnte es bei mir gehen. Und ich bin gespannt und freue mich auf eine neue Herausforderung. Und neben dem bleibe ich wie erwähnt auch noch im Fussball noch ein bisschen erhalten. Wie muss man sich das vorstellen als Fussballprofi, der doch unter Druck steht, die Leistungen muss bringen, quasi die Karriere nach der Karriere zu planen? Das kann ich mir noch relativ anspruchsvoll vorstellen. Wie haben Sie das gemeistert? Ja, ich glaube, ich bin da schon immer sehr realitätsnah gesehen und wusste, irgendwo zwischen 30 und 35 werden die Karriere beenden müssen. Es ging sogar noch etwas länger. Aber ich wusste, dass ich ein Leben nachgekommen habe. Und das wird noch einmal etwa 30 Jahre mindestens im Berufsleben sein. Und ich setze mich dort immer mit diesem Thema auseinander. gesetzt und ich habe immer ein bisschen Schulungen gemacht. Ich habe in Bern dann zumal Berufsmatur angefangen. Ich musste sie abbrechen, weil ich Salzburg bin. Ich konnte dann in Salzburg ein MBA im Projekt und Sportmanagement machen. Als ich zurückgekommen habe, habe ich dann in Luzern den Sachbearbeiter Rechnungswesen gemacht, weil ich dann langsam gemerkt habe, dass ich in diese Branche gehen konnte. Und so bin ich immer ein bisschen am Ball geloben und habe das Gefühl gehabt, dass es einem gut tut. Das ist eine gewissige Ablenkung und einfach eine andere Sichtweise gibt nebst dem Fussball. Wie kommt das an bei Teamkollegen und Verantwortlichen? Da gehört man immer vollen Fokus auf den nächsten Match, auf das nächste Training, 24 Stunden am Tag Fussball leben. Wenn man gleichzeitig Karriere nach der Karriere planet, kommt das immer gut an bei den Verantwortlichen und Teamkollegen? Also bei den Verantwortlichen grundsätzlich schon, weil meistens sind verantwortlich auch ehemalige Spieler, die involviert sind in diesem Business und die wissen ganz genau, dass es nicht 24 Stunden Fussball geben kann, am Tag. Weil ich auch eine Phase in meiner Karriere hatte, da habe ich in einem gewissen Tunnel gelebt, in dem sich alles nur um Fussball geträgt hat. Und dann verlierst du Palance zwischen Lockerheit und Anspannung. Und darum wird das, glaube ich, von den Leuten sogar geschätzt, auch innerhalb eines Klubs, wenn ein Spieler sich noch mit etwas anderem beschäftigt, was doch einen gewissen Sinn macht. Abschliessend von diesem Gespräch noch die Frage, fast 20 Jahre Fussballprofi, gibt es etwas, was Christian Schwägler lange, lange darauf mussten verzichten und jetzt in nächster Zeit möglichst schnell nachholen? Ferien, Schulferien. So einfach. Nein, es ist wirklich, wir haben 20 Jahre jetzt, also ich bin, meiner Frau bin natürlich noch nicht 20 Jahre zusammen, aber auch eine lange Zeit, wo wir einfach wirklich immer für Fussball abstimmen müssen und die ist eigentlich nie in der Hochphase vom Sommer, sondern immer ein bisschen vorgetan. Und auf das haben wir uns sehr gefreut und wir haben trotz der Corona-Situation uns das erlaubt, dann wirklich auch im Juli zwei Wochen Ferien zu buchen. Sehr gut. Christian Schwägler, noch einmal herzlich Gratulation zum Gobsieg und danke für das Gespräch. Liebe Zuschauer, das war es WIBI-Gespräch vom Monat Mai, die nächste Ausgabe gibt es dann Ende Juni wieder. Das WIBI-Gespräch vom Willisauer Boot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar-Generalagentur Willisau-Entlebuch, der Reifisenbanken aus der Region und der Gut AG Gebäudentechnik. Untertitelung Untertitelung des ZDF, 2020